Unsere Behandlungszone sind die Raucherfältchen. Im Laufe der Zeit durch die Mimik, zum Beispiel durchs Rauchen oder auch starke Sonneneinstrahlung oder einfach auch durchs Sprechen, einmal bitte den Mund zu spitzen, können sich hier kleine Fältchen entwickeln. Die werden mit den Jahren immer tiefer, das stört viele Patientinnen. Deshalb können wir hier gegenwirken, indem wir Hyaluronsäure vom Lippenrot bis ins Lippenweiß bis an die Oberlippe spritzen. Wir tragen vorher eine Betäubungscreme auf, dass die Behandlung für die Patientin schmerzärmer ist und die Wirkung tritt sofort ein. Das heißt, die Patientin kann sofort sehen, dass eine Verbesserung stattgefunden hat. Die Wirkung wird sich in den nächsten 24 Stunden noch etwas verstärken und wird ungefähr neun Monate bei weiteren Behandlungen auch bis zu einem Jahr anhalten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.